Das Schirmscheinfähigen ist ja die ureigenste Aufgabe des Schirmscheinfähigers. Außerdem prüfen wir Lüftungsanlagen und Dunstabzugsanlagen im gewerblichen wie im Privatbereich. Außerdem nehmen wir Messungen an Öl- und Gasfeuerungsanlagen durch, um die Energieeffizienz und den Abgasverlust der Feuerstätte festzustellen. Natürlich betrachten wir Heizungsanlagen nicht nur im Einzelnen, sondern das Gebäude als Ganzes. Das heißt, wir geben dem Hauseigentümer Tipps, wie er Wärmedämmmaßnahmen kostengünstig anbringen kann und stellen bei Bedarf einen Energiebedarfsausweis aus. Das spart dem Hauseigentümer nicht nur Geld, sondern damit kann er auch staatliche Fördermittel beantragen. Bei vorgefundenen Mengen an Arbeitsschutzanlagen führen wir auch Kleinstreparaturen an diesen durch. Sollte einmal eine Reparatur nicht mehr ausreichen, bekommen Sie natürlich von uns auch einen neuen Schornstein, eine Sanierung oder auch einen neuen Kaminöfen gestellt. Die Feuerstättenschau wird im Abstand von drei Jahren in allen Gebäuden, in denen sich Feuerstätten befinden, durchgeführt. Sie dient ausschließlich dem vorbeugenden Brandschutz und damit natürlich Ihrer Sicherheit. Die Feuerstättche und die Kaminöfen Die Feuerstättchen Die Feuerstättchen Die Feuerstättche Untertitelung des ZDF, 2020